Es gab kein Halten mehr an den Märkten. Der DAX ist nach oben explodiert. Wir haben heute mit einem Gap aufgemacht. Das sah schon mal super aus. Allerdings, wenn wir ganz ehrlich sind, hier der DAX im Chart, dann sehen wir, dass sich das Ganze ganz schnell wieder aufgelöst hat und zumindest mal das Gap wieder dicht gemacht wurde. Aber das müssen wir nicht als so super negativ auffassen, denn insgesamt kann man schon sehen, man sieht es hier sogar noch im Tageschart für all diejenigen, die längerfristig auch orientiert sind. Wir sind aus dem Trendkanal ausgebrochen, so das Zwischenhoch, das ich immer gerne als Trigger verwende. Altes Tief, vorheriges Tief und das Hoch dazwischen. Das waren alles Punkte, die klassischerweise einfach für eine Longrichtung sprachen. Es geht gar nicht so sehr darum, ob man das gehandelt hat oder nicht, aber es ist das immer noch vorherrschende Bild, dass der Markt einfach die Orientierung mehr nach oben hat und dementsprechend mehr Chancen einfach auf der Longseite scheinbar entwickelt. Dem wäre natürlich idealerweise so, wenn der Markt jetzt wackelig immer nach unten kommt. Das werden wir jetzt hier noch sehen. Vielleicht beim DAX heute nicht mehr. Wir wechseln jetzt auf den amerikanischen Markt. Aber wenn der Markt hier besonders wackelig jetzt mal irgendwann nach unten kommt, hätten wir eine ganz gute Chance. Und der Dow Jones, wenn man genau hinguckt, wir sehen, dass hier diese Bewegungsrichtung, die wir hier haben. Ah, hier jetzt ideal typischerweise sowas zu sehen, das wäre klasse, weil dann hätten wir einen augenfälligen Anstieg und einen ganz klaren korrektiven Rücksetzer. Das ist das, worauf ich mich heute Abend sogar noch freuen würde, da vielleicht das eine oder andere umzusetzen. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich es dann persönlich umsetzen kann, weil hier ja schon eine fortgeschrittene Stunde ist. Aber das wäre etwas, was ich im Abendhandel für europäische Uhrzeiten eigentlich ganz gerne nochmal mitnehme, auch notfalls vor dem Wochenende, denn das ist ja ein kurzzeitiger Trade. Insgesamt bleibt das Bild allerdings damit ebenfalls bullish. Das heißt allerdings nicht, dass wir nach dem Wochenende auch mal mit einem kleinen Rücksetzer anfangen können, insbesondere, weil ja auch die Zollfrage noch auf dem Plan steht. Also es ist noch genügend Sprengstoff vorhanden. Wir sollten jetzt noch nicht super bullish sein im Sinne von die Welt wird gut. Ich sehe zwar sehr gute Chancen dafür und der Markt scheint das ja auch entsprechend positiv alles einzupreisen. Das sehen wir an dem aktuellen Verhalten, das eben null bärische Tendenzen zeigt. Aber wir sollten immer einen Plan haben. Das heißt, wer aktiv ist an den Märkten, immer mit dem Stop arbeiten, dass wenn es wirklich blöd kommt, dass man sagt, hui, 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 wir haben ja Glück gehabt, dass wir nicht richtig drunter leiden mussten, sondern eben nur ein klein bisschen, was wir da verloren haben, wenn der Markt in die falsche Richtung geht. So, also bullisches Bild, was das hier angeht. Wenn wir mal auf die typischen Verdächtigen gucken, auf den Euro gucken, da hatten wir hier, man sieht es hier noch an meiner Zeichnung, eben etwas, was ich schon so halbwegs im Petto hatte. Wenn der Markt jetzt hier irgendwo in diesem Umfeld abgeprallt wäre und dann durch dieses letzte Zwischenhoch, dann hätte ich gesagt, das wäre der nächste Long gewesen. Deshalb so wichtig sind die Trigger. Also Trigger wäre hier ja diese Marke gewesen. Der Markt hat aber gesagt, nö, machen wir nicht mit. Er dreht nach unten weg. Hey, cool. Kein Verlust, den man deshalb erleiden musste. Jetzt geht das Spiel natürlich in die umgekehrte Richtung weiter. Jetzt ist nämlich die Dynamik auf der Abwärtsseite. Wenn jetzt hier das Wackelige mal auf dieser Seite kommt, wäre das umgekehrt wiederum ein Zeichen, um dann auf der Short-Seite mit dabei zu sein. Also insofern im Moment sehr starkes Wechselspielchen. Man weiß noch nicht so richtig, wo man sein Ei hinlegen soll. Na gut, wir haben noch keinen Ostern, jetzt kommt erst Weihnachten. Aber es ist wirklich noch fraglich, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Zu viel Einfluss eben entsprechend noch da. Auch beim Euro der Tenor durchaus positiv. Die Entwicklung durchaus positiv bislang zu sehen gewesen. Wenigstens hier, was die Strecken angeht. Und das Ganze kann jetzt einfach mal eine kleine Zwischenkorrektur sein. Und wer sich nicht sicher ist, wie weit sowas eben gehen kann, der kann hier mal ganz grob einfach mal mit dem Fibonacci reinholzen. Ach komm, machen wir das hier auf diese Seite. Und kann sagen, was war der letzte Anstieg? Der ging von da bis da hoch. Und dann sehen wir schon, oh, wir sind schon ganz schön weit gekommen. Unter die 38er Marke, die ich immer wieder anspreche. Aber, vorsichtig, wir sind nicht so sehr wackelig da rein. Ich würde mir noch mehr wünschen, wenn da ein bisschen mehr Struktur ist. Jetzt kann man sagen, naja, was ist ja denn so pampamuselig? Das ist doch schon so ein bisschen ABC-mäßig. Ja, aber wenn es ums Geld geht, dann darf man auch mal ein bisschen strenger sein und sagen, entweder ihr macht das richtig schön oder nicht. Das machen wir an der Obsttheke ja auch so und sagen, ja, der schimmelt ja erst auf der einen Seite, dann nehme ich ihn trotzdem mit. Nein, entweder sieht toll aus, dann auf jeden Fall. Und so sähe etwas aus, wenn es wirklich schön aussieht. Beispielsweise, das ist jetzt nur exemplarisch, das kann natürlich auch ein bisschen noch mit einem anderen Verlauf, irgendwie sowas in der Richtung aussehen. Da mal selber nachgucken. Aber dreiwellig ABC beispielsweise oder ganz wild hin und her wackelnd ist da eine Hilfe entweder nach oben gewackelt. Dann wissen wir, wir können nochmal short gehen. Oder später, wenn das Ganze als ABC ist, dann auf den nächsten Trigger das Ganze gesetzt. So, es wäre fahrlässig, wenn wir zum Schluss nicht nochmal einmal auf, naja, jetzt habe ich es gar nicht vorbereitet, Pfund gegen, nein, Euro gegen Pfund gucken. Da müssen wir auch richtig eingehen, einfach mal um zu gucken, wie es denn da aussieht. Da waren wir ja seit dem Sommer sehr, sehr stark unterwegs nach unten, sehr einheitlich. Und seit dieser Tiefmarke hier kann man endlich mal wieder sehen, oh, es kann auch mal wieder nach oben gehen. Und das ist auffällig nicht korrektiv, wenn man das mal vergleicht mit dem, was wir hier so hatten. Das waren alles so Bewegungen, die sehr stark so ABC-mäßig oder zumindest so wackelig waren. Jetzt geht es hier mal wieder steil nach oben. Das heißt, wir haben eine realistische Chance, dass sich der T neu hier gedreht hat. Und wenn wir hier mal auf einen kleineren Chart gehen, dann hat das sogar etwas, wenn wir hier mal die Einspielung kriegen, da sind wir, dann hat das sogar etwas, ich male es mal mit dem Stift nach, das ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5 aussieht. Und wir wissen, nach fünf Wellen ist gerne Schluss. Wir haben das ja immer wieder als Thema, wo wir nachher mit einer ABC vielleicht noch rechnen können. Es bleibt also spannend, Euro gegen Pfund. Vielleicht vor dem Wochenende ist das kein Trade mehr, aber das ist mindestens eine Vorbereitung für nach dem Wochenende. Vielleicht mal am Sonntagabend drauf gucken, was der Kurs bis dahin schon gebracht hat. Ob wir, natürlich nicht übers Wochenende, aber ob wir dann entsprechend in die Woche starten. Das wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Bild, um anschließend dann die Aufwärtsrichtung nochmal zu nehmen. Nämlich im Sinne von, das war der erste Teil und das sehen wir da hinten auch nochmal hoch. Nach so einem Rücksetzer täte es durchaus mal gut, eine Gegenbewegung zu sehen. Und ich mache mal mein Gemälde da weg. Was wir bisher sehen, geht ja schon deutlich in diese Richtung. So, in diesem Sinne wünsche ich für heute jetzt alles Gute. Anschließend ein erholsames, ein tolles Wochenende. Und nächste Woche sehen wir uns wieder genau an dieser Stelle, wenn Sie denn wollen und mögen.